das ist auch eine richtige Limo kaufen macht doch auf das braucht es braucht aber auch Einsteig Service hier Einsteig Service so jetzt sind es mehr schnappig weiß ich dass das lustige sein weitere Orte wir könnten mal zur wenn er wegeben gehen oder ins Spottstudio oder zur Paintball Arena das klingt doch mal geil Pantol Petro das auswählen ist Petro Arena wo auch keine Ahnung das gibt es auch anders falsch war seine Straße das magst du wenn Paul betreten denn das hast du bis zur tippe locke so dass ich den Geld in den Eintritt zu bezahlen bis zur Auslösung kostet das auslös Geld ich bin immer noch ein THM Fertigkeitser zu knacken die Böscher Städte knacken ein Schock Befehle Schlescher Auto knacken Auto muss stehen bleiben Neue wer weiß dass aber weggerannt das auch der Kurspieler hat es sich lassen Ah, stimmt. Nein! Was für eine Überraschung! Ab geht's! Bis zur Endlichkeit und noch viel, viel weiter. Steige ein! Nö. Das finde ich nicht korrekt. Niklas, ich habe nicht gehört. Wir haben noch gar nichts aufgenommen. Wir nehmen erst sechs Kunden auf. Ha! Ha! Meine Uhr kann bis 59 Minuten zahlen. Ich finde die Stadthalle nicht mehr. It's bothering me. The streets are very long and I think the Stadthalle is here. No, it isn't here. It's heavy. Es is heavy. Okay. holzuckert ist ein Automaten ja warte Sekunde Würdest du ihn mal schlagen? Alter. Oh nein! Das hat sich lustig abgehört. Ich glaube, was Lustiges passiert? Scheiße! Ich brauche ein Auto. Oh, ich habe nur noch 2K. Ich glaube, Auto wurde gerade geklaut. Ja, glaube ich auch. Ich gebe dir mal einen schlagen, der ist totes Arsch. Ich gebe mir mal einen Auto, du Arsch! Ich konnte den Fernus, wir klauen uns den und fahren ihn hinterher. Ich werde ihn fahren aus, ich werde ihn fahren aus. Steig einfach ein. Hab's. So. Wo ist der Fernus? Ist egal, ich habe dein Auto. Ja, komm, hol dir den Fernus. Warum denn? Ich habe jetzt ein Auto. Da. Vollidiot. Wir treffen uns Paintball. Ich wollte den Fernus. Der von Spendball. Schnellstes Auto in geht das an Andreas. Au, ich war ich. Ist der Boss Avant. Hey, mein Auto! Nein, weg hier! Ups. So, komm, lass reingehen. Lass ihn mal so parken. Okay, bin drin. Ich habe kein Geld abgehoben. Nicht mehr, oder? Doch. Ich komme gleich. Gott. Das ist so schlaue. Das ist echt. Rischisch krass. Paul Eben Mapa. Was ist das für ein Name? Paul Eben Mapa. Paul Eben Mapa. Paul Eben Mapa. Bis zu dem Ding dran. Ja. Und? Es ist sonst jemand da. Da können wir sehen, wer von uns besser schießen kann. Das ist lustig. Ich bin mir scheißegal, wenn das Gefängnis gibt. Was denn? Jetzt kommt man, jetzt kommt zum Paintball. Warte. Was magst du denn? Diese Werbetalte steht zum Verkauf steht, ich will die Kaufe und Slash YouTube Slash Shady Gaming draufstehen. Warum? Warum Slash YouTube Slash Shady Gaming? Slash YouTube. Auf jeden Fall. Slash YouTube. Slash YouTube. Slash YouTube. Slash YouTube. Es gibt man hier, aber da kannst du markieren, dass du eine Aufnahme bist. Hier steht noch diese KPNS in der Landschaft. Oh. Oh, das ist alles Kultur. Ben Fastha. Der Ohr-Amte ist übrigens immer noch nicht gekommen. Da wird wahrscheinlich zu der Stelle gekommen sein, wurde immer am Anfang gerufen, was und da war niemand und alles wieder weg. Oder der Crash hat sich ausgelockt. Was weiß ich, Mann. Bin ich Jesus oder was? Jesus. Da bin ich mir natürlich nicht so sicher. Ich bin. Wenn. Jetzt schon. Sicher? Ich schieße auf dich. Ich schieße auf dich. Hier ist niemand. Doch, ich habe hier einen Diegel. Bist du auf der anderen Seite oder bist du gleich wieder in der Nähe von mir? Ich bin am Anfang hier. Lauf mal genau vor mich. Warte mal. Wo bin ich bei dir gerade? Äh, du bist bei mir da drüben. Wo drüben? Lauf mal genau vor mein Gesicht. Jetzt bin ich genau vor deinem Gesicht. Ja, das backt. Du bist nämlich nicht da. Warte, ich komme nochmal dazu rein. Jo, Mann. Ich gehe raus. Wie kann man raus? Ähm. Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch Kanzler-Schnarie eingeben. Zinsen, 3 Dollar, hey. Oh, hier steht Server Close Connection. Na, na, bin ich mal gleich wieder da. Bis dann, tschüss. Wusste ich doch. Ja, weil, da wurde gesagt, dass ich bin drin, ist bei mir so ein Auslockzeichen aufgeploppt. Aufgepuppt? Nee, geploppt. Ich habe es von Anfang an gesagt, dass du nicht da bist. Nein, ich bin da, Mama. Ich bin da. Nein, ich bin da. Mami. Ich bin da. Alter. Das war aber einfach, dass er gelaufen ist. Es ist nicht so ein bisschen. hin nochmals Schaffel 08 15 er begrüßt er zu seinem Spieler Schaffel 08 15 Nadna jetzt schaffen nur noch 15 Gänse Schaffel 08 15 ich habe meine Frage wenn ich mich einloggen steht nur da your band von der Server also steht das so in in diesen Server Farben oder ist es halt in diesen in der gleichen Farbe wie gut wenn du konnekt ist Warte ich konnte und er steht Connecting to Blablabla your band from the server und es ist ja bei uns und das aber sie gleich haben wir Connecting to Blablabla das ist ein Bug versucht einfach noch mal okay ich habe schon Angst hier ja das hatte ich auch schon öfters hatte jeder der SMH-Spielte schon mal ich hoffe du bist nicht gebunden immer auch warum soll ich gewandt sein das weiß ich 9 nil ist alles und aber auch im Grund stehen alles ich habe nicht meine Beschwerde alles Backdown müssen wir leider beenden wo und das nicht und er ist man später damit ist man auch noch ein bisschen zurück und später wieder wenn es funktioniert bis denn und warte mal du sollst es eigentlich schönes sagen und schönes Tschö!